Die Arbeit angesagt, ich werde dann in meinem Alt und Samen diesen Hektar abpacken. Ja, das ist noch harte Arbeit mit dem Samen Leopard. Wir haben noch 2 und 80. 4-Kang-Betterhilfe. Harts zu schalten. Keine Friedanlage. Viel Lärm in der Kabine. Und heiss. Ja, das ist noch ein Traktorfahrt. Und hier hat die Walze abgeräumt, der kann der Scheiße. Ja, das ist immer ein Problem. Ein Fanghaken hat nichts eingehängt. Und dann ist es sehr schwierig, eine Maschine auf dem Feld wieder einzuhängen. Aber das liebe ich. Scheiße. So sieht das aus. Muss ich da irgendwie wieder die Kugel ranbringen. Ja, schauen wir mal. Gut liegt bei meinem Nachbar noch Holz rum. Gerade die richtige Stelle. Das kann ich gut brauchen. So. So. Repariert. So. Wieder eine Kabine. Das ist das gefährliche. Ich könnte Platz ausgeben. Ich bin da zu schnell über den Feldrand gefahren und meine Gewichte haben da. Haben da, ähm, ja, das Holz da gelöst. Es ist nicht mehr so gut. Ich muss da längst einmal fahren. Und ein Frontgewicht. Ein altes Frontgewicht. Ist da im Land draussen. Und dann, äh. Zum Glück. Ist noch gesundene. Fünfhund... Oder dreissig Kilo. Das war einmal... Frontgewicht für meinen Samen Leopard. Vorher eine Fronthydraulik hatte. So. Ein bisschen langer über die Absätze fahren, ne? Ja, ich hoffe. Ich bin da nicht über das Boot gefahren. Und wie das merken ich. Fünfzehn Minuten. Fünfzehn Minuten Platz.